Es ist nicht einfach, Freundschaftsspiele zu spielen oder einzuordnen. Du hast nicht den hundertprozentigen Fokus wie bei einem offiziellen Spiel. Das ist schon ein großer Unterschied. Wir haben aber gute Praxis sammeln können, haben uns wirklich verbessert im Team und schauen jetzt Richtung Start der Saison. Ich glaube, wir sind bereit.